Hallo, willkommen, mein Name ist Robert Leonhardt, ich bin vom ÖGB-Verlag und möchte euch heute die Vorteile von Arbeitsrecht für Betriebsräte Plus vorstellen. Kommt mal mit mir mit zu digital.öGB-Verlag.at, unsere Online-Plattform für viele Produkte, die ihr als Betriebsräte bereits nutzen könnt, unter anderem Arbeitsrecht für Betriebsräte. Ich klicke da direkt drauf und wir haben ganz zentral einen Suchschlitz, sehen schon ein paar Videos und ich kann es direkt eigentlich schon einen Suchbegriff eingeben. Ich kann also ganz schnell und wirklich einfach in vielen arbeitsrechtlichen Inhalten schon nach Suchbegriffen suchen. Ich habe viele Inhalte drin, nämlich insgesamt acht Bücher, unter anderem das Lehrbuch Arbeitsrecht von Löschnik, Ratgeber, Betriebsratsarbeit in der Praxis, Urlaubsrecht in Frage und Antwort und so weiter und so weiter. Ihr habt eine ganze Reihe der Skripten vom Verband österreichischer gewerkschaftlicher Bildung, aus der Reihe Arbeitsrecht und praktischen Gewerkschaftsarbeit sowie von Wirtschaftsrecht und Mitbestimmung und eben noch die Videos aus Arbeitsrecht in 90 Sekunden. Auf das alles könnt ihr zugreifen. Wenn ihr einen Pluszugang habt, also das Produkt im Betriebsrat euch gekauft habt, dann könnt ihr euch einloggen. Ihr bekommt von uns noch am gleichen oder nächsten Werktag die Zugangsdaten zugeschickt und könnt euch einloggen und könnt dann damit auf alle Inhalte direkt zugreifen. Ihr greift immer online drauf zu. Das heißt, ihr geht über eine Website rein, habt eine Linkstruktur, könnt euch die Ergebnisse natürlich abspeichern. Und das Gute ist, wir sind online, das heißt, ihr habt immer die aktuelle Fassung eines Werkes zur Verfügung. Wenn also der Löschnik ein neues Buch rausbringt und ein neues Buch im Verlag erscheinen wird, dann wird natürlich auch die Online-Version des Werkes aktualisiert und der Rechtsstand wechselt dann zu einem aktuellen Datum. Das gleiche bei den Skripten. Sobald etwas Neues erscheint, geben wir das Innenarbeitsrecht für Betriebsräte rein und ihr habt immer Zugriff auf die aktuellen Fassungen. Darüber hinaus habt ihr viele Verlinkungen zu Gesetzen. Wir suchen mal ganz schnell ein Beispiel. Unter anderem jetzt an der Stelle seht ihr eine Verlinkung zum ABGB. Wenn ich da draufklicke, macht ihr mir einen neuen Tab auf und ihr wechselt in die Sammlung Arbeitsrecht. Liegt auch auf ÖGB Verlag Digital. Sind die Ries-Daten. Also jede Nacht importieren wir die Daten aus dem Rechtsinformationssystem des Bundes von über 400 arbeitsrechtlich relevanten Normen. Und ihr habt damit Zugriff auf die immer tagesaktuelle Fassung von allen Gesetzen und Paragrafen, auf die sich in den Büchern bezogen wird. Also sobald irgendwo ein Gesetz oder Paragraf verlinkt ist, erkennen wir das, verlinken dahin. Du kannst es mit einem Klick schnell nachlesen, was da steht, ohne irgendwo neu blättern zu müssen oder etwas Neues aufzurufen. Viele Vorteile, die Arbeitsrecht für Betriebsräte bietet. Vor allem wirst du einfach schneller und einfacher arbeitsrechtliche Inhalte durchsuchen können, recherchieren können. Kannst du die Dinge natürlich abspeichern, in dein Notizbuch hineingeben, aber natürlich auch ausdrucken oder lokal als Datei abspeichern. Melde dich gerne bei Fragen, probiere den Testzugang aus, gehe einfach auf digital.ögbverlag.at und klick dich durch. Wir freuen uns, wenn du euch Arbeitsrecht für Betriebsräte unterstützen kannst.